Leute, willkommen zu einem weiteren Season 21 News Update. Diesmal sehr, sehr kurz. Ich habe gerade, was heißt gerade, vor ein paar Stunden habe ich es gelesen, oder gestern Abend war es glaube ich schon, habe ich gesehen, dass der gute Ausfalldator schon wieder etwas gepostet hat über ein LTM in Season 21, und zwar ein 12 vs. 12 Team Deathmatch. Finde ich mal richtig, richtig geil. Es gibt zwar ein paar Maps, die sind sehr, sehr klein, da könnte 12 vs. 12 wirklich sehr, sehr anstrengend sein, weil man wahrscheinlich von jeder Richtung irgendwie richtig eins reinbekommt. Ich habe leider auch die Mixtape-Variante schon eine Weile nicht mehr gezockt, deswegen weiß ich auch nicht so genau, wie groß die aktuellen Maps alle so sind, aber für ein 12 vs. 12 könnte ich mir vorstellen, dass es verschiedene Arenen gibt aus den verschiedenen Battle-Royale-Maps, wo wir vielleicht einen größeren Bereich, einen größeren abgesperrten Bereich zocken können, wo wir dann 12 gegen 12 auf den Standard-Maps, keine Frage, sicherlich auch eine richtig witzige und lustige Geschichte, weil 6 vs. 6 ist auf manchen Maps wie dieser, wie hieße, Habitat heißt, glaube ich, diese Map, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, selbst da ist es manchmal so, dass du erstmal eine Weile rennen musst, wenn du gerade draufgegangen bist, bis du wieder auf Gegner triffst und so weiter oder sie spawnen gerade irgendwo, wo du gerade herkommst und dann läufst du wieder zurück und so weiter und so fort und dann findest du vielleicht eine Weile nicht so viele Gegner, wie dir das gerne lieb wäre. Also ich finde 12 vs. 12 einfach mal als LTM reinzubringen und wahrscheinlich dann zu gucken, ob die Mixtape-Variante erweitert wird für einen zukünftigen festen neuen Modus, 6 vs. 6, 12 vs. 12, um noch mehr Abwechslung in dieses ganze Spiel zu bringen, würde ich sehr, sehr geil finden. Ich habe gestern übrigens ja das Thema Solos und 4-Squad-Modus angesprochen und der eine oder andere sagt, zu Recht vielleicht, Solos ist vielleicht nicht ganz so gut fürs Spiel, auch weil es dann vielleicht Probleme gibt, in verschiedenen anderen Servern oder Lobbys irgendwie überhaupt genug Leute zusammenzukriegen, sodass das Matchmaking länger dauert. Das kann natürlich sein, aber ich sage mir dann auch, klar, es ist ein gutes Argument, keine Frage, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Gegenargument, weil wie gesagt, andere konkurrenzfähige Spiele haben auch einen Solo-Modus und da funktioniert es auch. Also warum nicht auch in Apex Legends? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, was in den nächsten Tagen noch so für Leaks an den Tag gelegt werden. Ich bleibe auf jeden Fall am Start. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis die Tage, haut da rein. Ciao.